Geschichten aus dem Pauliandergarten Einen Späze will er und einen Rinderbraten Und was darf es bei Ihnen sein? Guten Tag, ich hätte gern so ein großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilachen Was wollt Sie? So ein großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilachen So Frank, jetzt lernst du zuerst einmal Deutsch und dann kommst du wieder Und besser Pauliander Applaus